Wey! Herzlich willkommen zu unserem Minecraft Together! Mit mir, dem Salatamister und... Hier, der Bradfuss-WTF! Ja, lol! Endlich! Wir sind endlich auf dem Server angekommen. Das hat auch lange genug gedauert. Und es wird Nacht. Ja. Hat echt lange gedauert. Und es ruckelt. Nein, Spaß! Kannst du was tun? Ja, also jetzt würde ich sagen, müssen wir erstmal hier ein bisschen Dreck an Land ziehen und uns... Mah, läuft der mir genau vor die Fresse, weißt du? Und uns, ähm, ma... Was wollte ich jetzt sagen? Hütchen bauen. Ja, irgend so eine scheiß Kaschemme hier hinklatschen, damit wir, falls wir so gut wie tot sind, nicht von bösen Zombies überrascht werden. Oh mein Gott! Wir haben kein Igel getötet. Mah, du bist aber auch so ein Vollidiot, ne? Dann schmeißt der den Scheiß weg, damit man nicht sieht, dass wir hier schon seit 10 Minuten rumlatschen. Und dann schmeißt der da direkt hier nebenhin, weißt du? So, nein, wir waren hier gerade nicht und haben schon... Nein. Nein, nein. Ja, wir waren gerade schon mal unterwegs und haben eine schöne Stelle gesucht, wo wir dann bauen. Ja, mein Gott, ey. Nur weil ich schwarz bin, ey. Genau das würde es sein. Boah, das ist so sinnlos, was wir hier wieder tun. Na, egal, egal, nee, nee, nee. Wir machen... Jeder, jeder fängt mal klein an. So, Leute, also, ähm... Ich hab immer noch das Standard... Das Standard... Oh, da ist ein Dorf! Das Standard-Texture-Pack drin. Ich weiß nicht, wie der bei dir ist. Wahrscheinlich auch, ne? Ja, Alter, ich hab gerade meinen PC neu gemacht, nur damit das extra funktioniert. Stimmt. Also, ich hab das Standard-Texture-Pack. Auch überhaupt keine Mods oder so, weil ich das einfach doof... Also, ja gut, keine Minimap, aber das zählt, find ich nicht. Aber, ähm, ich hab auch bis jetzt noch nie ein Texture-Pack gefunden, was mir so komplett gefällt. Deswegen lass ich das einfach so, wie es ist. Ich hab eins, was mir gefällt, aber... Was denn? Der Kiffer-Mode. Das ist kein... Ja, das ist aber ein Mod, Junge. Das ist kein Texture-Pack. Ja, okay. Da ändert sich ja die Textur nicht von. Ähm... Ähm... So. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, wie du dir das gedacht hast, aber ich hab mir dann gedacht, wir bauen uns jetzt erstmal nur so ein Drecksbude, so eine Drecksbude hier hin. Ja, ich hab fast ein Steak Holz. Holz? Äh, Erde. Hm. Ja, ich hab schon über ein Steak. Meine Erde, gib her. Meine Erde, verpiss dich. Aua. Du hast nicht mehr viel Leben, hast du gesagt, ne? Ja. Ah! Ich verzeiue noch anderthalb Herzen. Ne, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verrecken. Oh, da hinten ist schon ein Skelett. Weil, ähm... Wenn wir jetzt verrecken, dann sind wir wieder an unserem Spawn-Punkt, wo wir vorhin waren, ne? Ja, wie hoch willst du dann bauen? Dann geh ich in die Höhe. Ja, das muss nur eben so. Das muss jetzt ja nichts... Das muss jetzt ja nichts können. Das muss ja einfach nur da sein. Quasi. Hoch. Im Prinzip reicht das ja schon, wenn da zwei hoch ist. Da kommt ja nichts drüber. Naja, aber ich will auch nichts reinhaben. Hä? Ja, egal. Mach ruhig drei hoch. Ist in Ordnung. Können wir sonst so einen Eingang hier hinbauen. Hoch. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist... Meine FPS-Zahl ist bei 15. Meine ist bei 30 gerade. Ja, Minecraft hat jetzt ja nicht so die super Anforderung, ne? Hallo. So, es hat nicht schön hier drin. Ja, es könnte direkt bei dem Dach werden. Ja, wir sollten jetzt nicht verrecken. Wir müssen scharfen. Was machst du denn da? Machst du ein Dach oder was? Ich hab dich nicht verstanden. Was? Das ist doch voll kacke so. Das hat doch offen. Das ist ja nicht. Zellengenosse. Au. Oh mein Gott, da latscht er mir wieder vor die Fresse, ey. So, ich latscht... Oh, Creeper. Zombie. Äh, ich wollte eigentlich Holz. Dann können wir uns wenigstens eine Werkbank bauen. Mar, da ist noch ein Creeper. Fickt euch doch, ey. Jetzt bin ich bestimmt gleich tot. Ich kann nicht mitkommen. Ich hab nur noch ein Herz. Was bist du denn für ein Vollidiot? Noch ein Herz. Ich hab voll Angst gerade. Ich hab Angst. Ich geh jetzt einfach, wenn ich... Ja, wenn du... Ja, doch. Ich mein, du hast dein Waypoint gesetzt, ne? Ja. Ja, dann ist das ja eh egal. Oder zumindest nicht ganz so wichtig, sag mal so. Aber ist doch voll kacke in der ersten Augenhabe zu sterben. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist... Wir bauen uns jetzt erstmal so einen Drecksbunker da. Im wahrsten Sinne. Des Wortes. Und dann... Ähm... Jetzt brauchst du vier, ne? Ja, ich nimm mal hier zwei Bäume mit. Das müsste erstmal reichen für eine Tür und... Also erstmal eine Werkbank bauen. Ich hab das Gefühl, dass ich gleich tot bin. Ja. Boah, nein. Ehrlich jetzt? Ich hab... Nee, nee, mir ist einfach ein Creeper hochgegangen. Ja, das hab ich gehört. Ist der denn, äh... Bist du da davon gestorben? Nee, ich hab noch ein halbes Herz. Bist du gesagt, aber das ist noch ein Creeper, ne? Ich geh grad schon, äh, zurück in die Hunde. Ja, ich auch. Ich hab fünf... Ich hab fünf, äh, Holz. Ich hab neun. Meine G19 quietscht. Deine G19 quietscht? Ja. Ich baue mir auch ne Werkbank. Äh... Ja, eigentlich brauchen wir nur eine. Ja, du hast... Ja, ich mach. Ja gut, dann mach du dat. Ach, ich brauche erst mal einen Block. Boah, bis du fertig bist, ne? Ja, und worauf ich jetzt immer noch hinaus wollte, mein Gott, ey, ist... Wir bauen uns jetzt hier so ne Drecks-Kaschemme dahin, verdammt nochmal. Und mein Handy ist schon wieder, ey. Scheiß mir doch ins Gesicht, was ist denn los? Na, endlich. Hat auch gedauert, ey. So, Tür. So, Tür hier, zack, Tür. Wo war denn jetzt jeder Eingang überhaupt? Da. Das ist doch nicht. Jetzt so direkt da vorn, Creeper. Bam, alles kaputt. Oh, wie schön. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich... Boah, jetzt hab ich immer noch nicht zu Ende geredet. Wir bauen uns jetzt so einen verfickten Wichs-Bunker jetzt hier hin. So, und dann, wenn wir... Wenn wir dann mal ein bisschen Material zusammen haben und so, ne? Dann würde ich sagen, machen wir uns so... Jeder sein eigenes Haus direkt gegenüber so. Weil wir machen so einen Garten in die Mitte. Und jeder dann gegenüber baut sich so dann sein Haus. Fände ich, ist ne geile Idee. Das könnte interessant werden. Was? Nein! Du musstest ja auch rumspielen da, ne? Der hat noch nicht Bung gemacht. Nee, aber der war knapp, Junge. Ich mach jetzt mal eben hier eine Leiter nach oben. Nee. Huch. Guck mal, der hat eine schöne Leiter. Oh. Wow! Wo ist der Wichser? Keine Meinung. Aber proviziere ihn nicht. Produziere ihn nicht. Soll ich dich mal produzieren? Tot. Nein! Wie ist dieser Wichs? Aua! 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 Verpiss dich! Boah, nein! 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 Oh, nein! Du musst doch noch zurück. Boah, scheiße, Alter, ey. Dieser, boah, dieses Wichs-Spinnengesicht, ey. Scheiße, ne, ich hasse das. Au! 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 Aber jetzt hab ich wenigstens wieder voll Hunger und voll Leben. Au! Was ne Scheiße, ey. Jetzt sind wir beide in der ersten Aufnahme gestorben. Aber das wird sowieso noch ein paar Mal öfter... Nein, Skelett! Ein paar Mal öfter passieren. Deswegen... Scheiße drauf. Ja, mach ich mir jetzt auch nicht drüber fertig. Ich hab Wolken an. Warum hab ich denn Wolken an? Ich muss gleich sowieso mal gucken, ob meine Einstellungen überhaupt richtig sind. Au! Sag mal, hast du hier irgendwo ne Höhle gesehen? Ne, noch nicht. Zombie! Mit ne Axt! Oder ne Schaufel, oder was auch immer das ist. Gib her, dat Ding. Ich will dat haben. Gib her. Es wird zum Glück wieder hell. Es wird wieder hell. Es stirbt doch einfach. Boah, wie lange das dauert, bis man so ein Zombie kaputt gehauen hat. Ich bin direkt hinter dir. Ich hab vergammeltes Fleisch. Hier, das will ich aber nicht. Hier, weg damit. Zack. Meine Sachen müssten eigentlich auf dem Dach liegen. Meine Sachen müssten... Enderman... Nicht in die Augen gucken. Oh, Creeper! Toll! Genau da, wo meine Sachen sein müssten... Lass mich rein, du! Hast du einen Baum hier reingesetzt? Nein. Da lag gerade ein Setzling. Da ist jetzt ein Creeper. Ich höre ein Skilett schießen. Ja, das steht an der anderen Seite. Die verbrennen jetzt eh alle. Komm, wir gehen rein. Ja, wieso ist denn dieses... Können Spinnen da hochlatschen? Ja, ne? Ja, wegen den Blöcken da... Was? Ne, ne. Ne, deswegen? Ne, ich glaube, die können generell irgendwo hochlatschen. Weil das ja Spinnen sind, ne? Aber ich glaube... Wo ist der Creeper jetzt hin? Da unten. Ist er. Wo ist da... Ne, ne, ne. Das ist er nicht. Hier war gerade noch ein anderer. Ach, hier an der Ecke. Hier. Da. Da. Unten irgendwo. Da. Oh, oh. Der wird bumm machen, oder? Nein! Du Idiot, ey. Gut, dass das alles nur aus Dreck ist, ey. Wie war das denn jetzt hier? So war das hier, so. Hau ab. Aua. Hau ab. Ist das ein Idiot, Timor. Ah, nein. Wieso? War das nicht sinnvoll? Nein. Sollte das nicht so sein? Also ich bin stark dafür, dass das so sein sollte. So, wo waren jetzt meine Sachen? Weiß ich nicht. Sind die... Irgendwo hier bin ich... Ja, wie es aussieht, hatte ich überhaupt nichts. Keine Ahnung, wo ich gestorben bin. So, hier können wir direkt eine Höhle runterkratzen. Äh, ich geh mal ein bisschen Holz... Ne, warte mal, ich hab ja noch Holz. Ich geh mir jetzt erstmal... Ich geh mir jetzt erstmal irgendwas bauen. Wie geht nochmal eine Axt? Oder ne, eine Spitzhacke. Ich hab mein Holz, ist weg. All mein Holz, ist weg. Wie geht das nochmal? Warte denn jetzt nochmal. Muss ich Rohholz nehmen oder auch so normale Blöcke? Ne, du musst alles aus Blöcke machen. Du musst aber Sticks haben, ne? Ah, nicht. Na gut, ohne die, das nicht. Hallo, Kuh. Du wirst gleich geschlachtet, wenn wir den Ofen haben, wirst du geschlachtet. Ja. Hältst du davon, ne? Geil, ne? Ich geh schon mal Eisen machen. Bääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Was brauchst du? Pflastersteine? Ja, einen Ofen können wir gleich machen, ne? Wäre nicht schlecht. Kohle brauchen wir, Ofen brauchen wir. Also du, gehst du unter Tage? Hä? Gehst du gerade unter Tage oder was? Ja. Gut, dann such mal Kohle und Stein. Weil alles andere kannst du sowieso noch nicht abbauen mit Holzdingern. Ja, kann ich tun. Kannst du Kohle überhaupt abbauen mit Holzspitzhacken? Ja, ne? Nee, ich muss erstmal Stein haben. Ey, hier ist bestimmt irgendwo nur... Aua, sag ich doch, ein Monster. Hast du irgendwo Schafe gesehen? Nee. Dann baue ich mir jetzt nämlich ein Holzschwert und gehe erstmal auf Suche einer Schafe. Ich sterbe gleich schon wieder, weil mein Bild hat ruckelt irgendwie voll. Warum? Warum? So, ist mir egal. Mehr mache ich jetzt nicht. Ich suche jetzt Schafe. Und da vorne ist hier... Ich kann mich noch Angeln bauen. Ja, geil. Willst du auf Fischen pennen oder was? Hehehe. Geil. Wachst jeden Morgen auf, stinkst voll nach Fisch. Da sind Kühe, Schweine. Ich muss mir jetzt erstmal hier so ein Schwein kaputt machen, ey. Ich hab voll Hunger. Ich fress jetzt Großfleisch. Ja, mach doch. Mach doch. Mach doch. Ist mir doch egal. Ja, mir auch. Ja, mach doch. So, dann machen wir uns das so. Jetzt machen wir uns erstmal irgendeine Scheiße aus Holz, ey. Das hat kein Mensch hinterher braucht, weißt du. So, ich gehe jetzt... Boah, ich habe aber langsam auch Hunger. Ich gehe jetzt mal da hinten hin latschen. Ey, ich glaube da ist... Ne, doch nicht. Da ist auf jeden Fall ein Dorf. Da gehe ich mal hin. Ist das ein Clown? Ja, erstmal das. Und zweitens... Und zweitens erhoffe ich mir davon, dass hier irgendwo Schafe sind. Was sagt die Map denn hier eigentlich? Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich auf dem Bild nicht klarkam, ey. Eigentlich ist das ja hier gar nicht so übel. Boah, hier sind überall Schweine und Kühe. Das ist voll geil. Aber... Trotzdem brauchen wir vier Bett. Ja, aber wir brauchen dringend Betten. Aber ich nehme jetzt schon mal wenigstens den Weizen mit. Ja. Ja, die... Hauptsache, die Kuh trampelt hier durch den Weizen-Dings, ne? Achso, weil ich den... Ach ja, ich verstehe, warum. Weil du einen Samen in der Hand hast. Ja, weil ich den Weizen in der Hand hatte, genau. Den göttlichen Weizen. Den geilen Samen. Die wollen mal einen geilen Samen, Junge. Respekt. Stolz wäre ich da nicht drauf. Doch, ich finde das... Also... Gut, ich meine, wenn eine Kuh von dir Samen will... Schafe... Wir brauchen aber Schafe. Boah, geil. Karotten auch hier direkt, ey. Beziehungsweise Möhren. Ich weiß ja nicht, wie ihr das nennt, Leute. Karöttchen. Karöttchen, ja, ne. Lotti Karotti. Kennst du auch das Spiel? Lotti Karotti? Äh, nein. Das ist schlecht. Was guckt Ding ist denn da wieder? Wie heißt das, Schatz? Navy CIS? Oder Criminal Minds? Wie heißt die Sendung? Kriminelle Minds. Kriminelle Minds. Kriminelle Minds. Mann, hier sind keine verfickten Schafe, Alter. Hört mal. Ich glaube, unsere Aufnahme ist jetzt schon ab 18, 18, 18, 18 plus. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder so viel Schimpfwörter benutzt, das wollte ich mir eigentlich abgewöhnen. Aber verdammte Scheiße, ich schaffe das nicht. Ne, hier ist Wüste. Ich glaube, in der Wüste gibt es keine Schafe. Sag niemals nie, Digga. Digga, was ist los, Lahn? Was ist los, Lahn? Kühe. 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 Und noch mehr Kühe. Boah, wie viele Kühe hier sind, Alter. Die Wüstenkühe, die tötte ich jetzt alle. Macht das. Ich kann gleich nicht mehr rennen. Ich kann jetzt schon nicht mehr rennen.